Hier liegt ein digitales Geländemodell einer Straßentrasse für einen späteren Brückenentwurf vor. Das original digitale Geländemodell aktiv im Hintergrund, das geplante digitale Geländemodell aktiv. Dadurch wird es zwischen alten und neuen digitalen Geländemodell unterschieden. Bei der Umgebungsrolle im Gelände findet sich dann Massenermitteln als Werkzeug und hier stellt man ein, dass die Massen ermittelt werden. Datenart 22.013, Auswertung für beides, Auftrag und Abtrag, Füllflächen sollen erzeugt werden mit diesen hier eingestellten Farben. Okay, dann wird ins alte digitale Geländemodell geklickt und ein entsprechendes Zielteilbild für das Massenergebnis ausgewählt per Häkchen. Dann wird ins neue digitale Geländemodell Geländemodell geklickt und auch ein entsprechendes Zielteilbild für das Massenergebnis ausgewählt per Häkchen. Okay. Dann werden die Reports in der Reportauswahl ausgewählt, hier beim Dateinamenknopf. Dann kann man Ergebnisliste, Koordinatenliste und Prismenliste ausgeben. Hier wird die Koordinatenliste als erstes ausgegeben. Auswählen, öffnen. Dann wird die Liste aller Koordinaten im alten und im neuen digitalen Geländemodell gezeigt. Durch sämtliche Punktnummern, das kann geschlossen werden. Dann wird man bei der Datei als nächstes die Prismenliste, die berechneten Volumina der Dreiecke auswählen, per Doppelklick. Okay. Und dann sieht man vom alten digitalen Geländemodell und dann später vom neuen digitalen Geländemodell die Liste sämtlicher Volumina. Und wenn man das schließt, wird man als eigentliches Ergebnis, hier in der Dateiauswahl, die Ergebnisliste öffnen. Okay. Um dann herauszufinden, wie viel Abtrag und wie viel Auftrag in den jeweiligen Differenzen dieser Massenermittlung beim digitalen Geländemodell vorliegt.